Push together, push together White Corridor, white Corridor Push him, push him Land, 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 land He's coming from SIGA Junge, die schreien doch Fans dazu Katalea Gang Tattoos Mono-Ogen im Palästinens dazu Ob er jetzt einfach das gleiche machen könnte Mit dem Alter Junge Red Slapier Junge Red Slapier Alter Wir verkratzen, wir fertig und Justin kommen direkt Was holen wir dann? Dann... Justin aber nur Ja, der geht einfach Ohne irgendwas zu sagen Ohne irgendwas zu sagen Hallo Hallo Habt ihr negative... äh... Negativraum? Was ist das? Wimbo hat nicht eingetragen Was ist das? Das ist ein Schwert Das ist ein Schwert Hat einer oder äh... Nachtschrecken Nachtschrecken hat das auch Negativraum Ja was ist denn das? Das ist ein Schwert, glaub mir Kein Ding länger Oder du Ob immer du wichst Ich bin nicht Trader Okay, wieso öffnen wir den Dings da? Okay Wahrscheinlich Ich konnte das die ganze Zeit so machen Nein, gewinn ich gewinn ich Stopp auf Kannst du das, ja? Alter, mein Arzt hat mir ne Story erzählt Zwei Stories sogar Der... ein Kollege von dem ist Lehrer, ja? Und... Der ist vorne Der... der... Und damit hilfst du den... Hallo? Hä? Warte doch Junge Tobi Die Digga, was baut er da? Oh, Leonard ist es wieder Oh, nice Leonard ist es aber zum fünften Mal, Digga Ich hab den getötet Machst du ehrlich? Ja Digga, einfach fünfmal ne Digga Ich hab den getötet Wolle ist es wirklich Wolle ist es wirklich Wolle ist es Wolle ist es Wolle ist es Es ist auch Brandon Warum? Das ist... Oh, okay Ah, meine Maus aber leer Richtig? Meine Maus ist leer Das ist zu schwierig, Skann 4 Schuss hat Nein, nein, das halte ich Was ist das? Das ist einfach so eine Klasse, die so da ist So, das ist keine von diesen Jummi, Jummi, Jummi Hat irgendwer zu 100 angeholt oder ist er random hier? Das ist ja übel, passt das Äh, ich bin random hier Also du bist nur random hier Das passt ja übel, perfekt Warum hast du allen nicht so viel passt auf deiner Stelle, was soll ich das? Dings, halt deine Fresse, Wolle Hey, was ist das Neue? Junge, ja schön Junge, leg dir dich mit Farid Bank an, Alter Jo, PG4, Alter, komm morgen, ey Junge, da steht Hitman, seit wann bin ich denn? Ja, ja, aber du bist mit den Traitern Ach, das Game ist Hitman ist ein Traitor, Wolle Mach doch einfach in uns einen Traitor und mach nicht irgendwie so eine random Scheiße, Mann Junge, Hitman ist sogar rot Boah, Wolle wird gemütet Und das ist auch sehr Schlaaass Zeig den kleinen Kindern auch noch Der ist Patrick gerade runtergefallen und gestorben Nein Der hat auf mich geschossen, okay Patrick ist runtergefallen und gestorben, okay Gut, also Ich versteh das nicht ganz. Was für nicht, Junge. Ich lurf jetzt an der Leiche in der Hand weg. Was machst du hier? Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Bolle, bitte. Lass mich, bitte. Bitte lass mich leben. Nein, 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 nein. Ist nur einer. Volle Schenker. Ih, Loris. Ich, Junge, wenn mir jemand... Ich bin epileptisch und ich kann gar nichts. Mach als Stuntman. Bist du ohne Schnappenrun retten, Loris, ne? So schön! Was soll das sein? Wie kann das sein? Die Küsse ist kaputt! Warum? Seid ihr beiden einzigen. Kann gar nicht sein. Du Huchern! Oh, Junge! Mach nochmal! Das ist die Falle! Der Traitorraum hier. Mann! Der Traitorraum hier. Das ist ein guter Raum. Ich muss auch laden auf den Traitorraum, bitte. Ähm, das ist ein epileptischen hier. Rolle! Juhu! Ist freundlich. Gerettet. Ja, danke. Ich vertraue dir, Junge. Du? Ah! Ich sag, aus neun Freunden werden keine. Ich mach... Der muss mir erklären, Bruder. Also... Ja! 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 Mach mal da rum! Ey, mein Gott, Digga. Weißt du, bei solchen Leuten hoffe ich einfach, dass irgendwann einfach ein Zug in deren Haus fliegt. Digga, keine Ahnung, Alter. 100, 500. 300 Specialization. Specialization. Digga, das über 1655 Specialization und 524 Schwüßes. Wie nochmal? Schwüßes. Digga, ich hab gerade mal... 1000 Specialization und 500 Skrids. Hahaha! Alter, Maul, Alter! Simo-Tratos. Die hab ich, äh, die... Bin ich schon wieder reingefallen. Hahaha! Äh, ich hab grad irgendwie ein Gespräch mit einem immer-geniellen Freund. Ja, kenn ich aber. Äh, mein Schwanz juckt. Hahaha! Hä, mehr kann man von den Webswitchen. Hahaha! Du kannst sie doch selber machen, Alter. Alter, ne, das... Ich hab schon noch gelandet. Ja, mit Lennart muss ich noch Anime gucken. Digga, ist das Wolle da bei Bimbos Auto? Äh, in... Ey, Digga, ich bin... Hahaha! Was? Los? Wo ist links? Nee, grade. Hahaha! Wo ist links? Nee, grade. Höh, Junge, was ist das? Hahaha! 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 What the fuck? Oua! Hä? Nee, jetzt ist... Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Junge, du... Da oben ist einer drin bei Dol. Der bekommt... Da! Oh! Ja! Weg da, weg da Ocke! Danke! Lass mal auf! Lass ihn durch! Das hat er hier... Gut... Oh, was ist... Oh! Das ist nicht passiert... Balu schießt auch... Der tanzt! Balu! Warum Balu? Ja, der macht den... Balu! Wirst du vielleicht noch Witter-Coin... Läris? Ouh! Bisch dich gleich jetzt nochmal coin? Kofferraum... Jetzt gehst du Opfer drauf... Hm... Fick deine Mutter... Kuchung... Ich bogele immer einen Schottgang auf und ich bang sie während Stonehavenman läuft Aschlo Junge WTF Warum guckst du nicht immer einen Titori an und baust das gerade selber? war gute frage minecraft auto speed kartoffel jetzt wird's krass das ist nicht, aber was kann ich sagen, ja meine meiser anscheinend doch nicht, keine ahnung oh mein gott, what the fuck, alter, holy shit du musst nur irgendwelche pokemon fangen digga, das ist echt übel ja ich sehe das geliehen du lebst ich hab ihn okay du hast es gesehen, oder? ich hab das gesehen, jetzt rechts am haus ist irgendwie ein m1-226-736 strauß ole mii bimbo ist tot du hallo kass hallo kass hallo kass hallo kass hallo kass hallo kass ne ich meine 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 mei follow my no way Junge, das war grad einfach das Schrei von Luigi! Waaaaaaaah! Oh mein Gott, ist das anlockt hier. Letzteren Hooker. Oh, letzteren Hooker, ich kreuze es sogar! Achso! Hey, wo ist das denn mit den Leuten, die sind passiert. Huch'n Wurm, wenn ich mich vertaucht, rauch in der Lunge, weil ich Ruhe brauch. Perks Pop Kappel, mir wird so warm, Metze, Belli ohne Notarzt, Keks, Anbobeln so wie Soda, sie fragt ob sie mich ist auch Bazar. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na